Wir wollen dich gratulieren dann für die Bronzemedaille. Danke. Wir haben die Fans von El Ali und wir haben gesehen, wie sie mit den Fans von El Ali gefeiert haben. Ja, ich habe mich gefreut und sie haben sich gefreut. Ich glaube, es ist auch nicht alltäglich. Es ist etwas Spezielles, bei der Klub-WM mit dabei zu sein. Wir waren das letzte Jahr auch. Wir haben den dritten Platz knapp verpasst. Wir haben ein gutes Spiel gezeigt gegen Fluminense. Wir haben dieses Jahr wieder die Möglichkeit gehabt, ins Finale zu kommen gegen Fluminense. Flamenco war das Flamenco und jetzt Fluminense. Und ja, leider haben wir nicht die Tore gemacht, die notwendig gewesen wären. Und heute haben wir es auch spannend gemacht für diesen dritten Platz. Wir haben 2-0 geführt und dann sind sie auf 2-2 herangekommen. Dann haben wir noch einen Elfmeter verschossen. Also es war auf und ab und schlussendlich sind wir glücklich, dass wir den dritten Platz gehabt haben. Wir haben die Vielen Dank. 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 Danke. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Good. Thank you. Thank you.